Wenn wir endlich die Macht des Universums anerkennen und ihm unser Vertrauen schenken, öffnen wir die Tür zu einem Leben voller Möglichkeiten, Fülle und Erfüllung. Es geht darum, die Kontrolle loszulassen und sich der größeren Ordnung des Universums zu überlassen. Indem wir uns der höheren Macht öffnen und ihm erlauben, seinen Weg in unserem Leben zu finden, erfahren wir eine tiefe innere Ruhe und Gelassenheit. Wir erkennen, dass wir nicht allein sind und dass das Universum uns auf unserem Weg unterstützt und führt. Es ist eine Reise des Glaubens und der Hingabe, die uns dazu inspiriert, uns von Ängsten und Zweifeln zu befreien und in eine Welt des Vertrauens und der Zuversicht einzutauchen. Angesichts dieser Perspektive ist es faszinierend zu erfahren, wie das Vertrauen in das Universum unser Leben verändern kann. Lass uns in unserem heutigen Podcast die verschiedenen Aspekte beleuchten, die dazu beitragen, dieses Vertrauen zu stärken und wie sie sich auf unser Leben auswirken können. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Gemeinschaft bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nr. 1 Synchronicitäten Synchronicitäten sind bemerkenswerte Ereignisse oder Begegnungen, die scheinbar zufällig auftreten, aber eine tiefe Bedeutung oder Verbindung zu unseren Gedanken, Gefühlen oder Wünschen haben. Diese synchronen Momente können in verschiedenen Formen auftreten, wie z.B. wiederkehrende Zahlen, unerwartete Begegnungen oder plötzliche Einsichten. Sie dienen oft als Hinweis oder Bestätigung darauf, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden oder dass das Universum unsere Gedanken und Absichten wahrnimmt. Wenn wir diese synchronen Ereignisse erkennen und ihnen Beachtung schenken, können sie uns helfen, Vertrauen in das Universum und seinen göttlichen Plan für uns zu entwickeln. Nr. 2 Intuition Oft spüren wir intuitiv, was richtig ist oder welchen Weg wir einschlagen sollten. Dieses innere Wissen kommt oft vom Universum und kann uns dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir lernen, ihm zu vertrauen. Die Intuition ist ein inneres Gefühl oder eine Eingebung, die uns leitet, auch wenn wir keine rationale Erklärung dafür haben. Diese intuitive Führung kann als eine Art Kommunikation des Universums mit unserem Inneren betrachtet werden. Indem wir auf unsere Intuition hören und ihr vertrauen, können wir oft unseren Lebensweg in die richtige Richtung lenken. Diese intuitive Führung ist wie eine Art innerer Kompass, der uns hilft, auch in Zeiten der Unsicherheit oder des Zweifels den richtigen Weg einzuschlagen. Nr. 3 Erfahrungen aus der Vergangenheit Wenn wir zurückblicken, erkennen wir oft, dass selbst in den schwierigsten Zeiten des Lebens das Universum uns auf unerwartete Weise geholfen oder unterstützt hat. Diese Erinnerungen an vergangene Erfahrungen, in denen wir geführt, beschützt oder unterstützt wurden, können dazu beitragen, unser Vertrauen in die universelle Ordnung und die höheren Mächte zu stärken. Indem wir uns an diese Momente erinnern und sie reflektieren, können wir lernen und uns besser darauf einlassen, dem Universum mehr Vertrauen entgegenzubringen, dass es uns auch in Zukunft weiter führen wird. Nr. 4 Gesetze der Natur Die Gesetze der Natur bieten uns einen Einblick in die Ordnung und Harmonie des Universums. Sie zeigen uns, dass alles in einem ausgewogenen und zusammenhängenden System existiert. Indem wir die Gesetze der Natur beobachten und verstehen, erkennen wir, dass das Universum eine tief verwurzelte Ordnung hat, die uns führt und unterstützt. Diese Erkenntnis ermutigt uns, dem Universum und seiner natürlichen Führung zu vertrauen. Wenn wir uns als Teil dieses größeren Systems verstehen, können wir beginnen, die Weisheit und Intelligenz des Universums anzuerkennen und uns sicherer in seiner Führung fühlen. Nr. 5 Spirituelle Praktiken Durch spirituelle Praktiken wie Meditation, Yoga oder Gebet können wir eine tiefere Verbindung zum Universum herstellen und sein Wirken in unserem Leben spüren. Diese Erfahrungen stärken unser Vertrauen in die höhere Ordnung des Universums. Indem wir regelmäßig spirituelle Praktiken kultivieren, können wir uns bewusst öffnen für die Führung des Universums und uns sicherer in seiner weisen Lenkung fühlen. Nr. 6 Selbstreflexion Durch Selbstreflexion können wir unsere eigenen Gedanken, Glaubenssätze und Überzeugungen hinterfragen und verstehen, wie sie unsere Wahrnehmung und Interaktion mit dem Universum beeinflussen. Wenn wir uns bewusst werden, wie das Universum in unserem Leben wirkt und wie es uns unterstützt, können wir ein tieferes Vertrauen in seine Führung entwickeln. Selbstreflexion ermöglicht es uns, vergangene Erfahrungen zu betrachten und zu erkennen, wie das Universum bereits in unserem Leben gehandelt hat. Auf diese Weise können wir unser Vertrauen in das Universum stärken, indem wir seine allgegenwärtige Präsenz und Führung erkennen. Nr. 7 Inspiration und Kreativität Oft erhalten wir Inspiration oder kreative Eingebungen, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Diese können als Geschenke des Universums betrachtet werden und uns dabei helfen, unsere Träume zu verwirklichen, wenn wir lernen, darauf zu vertrauen. Die plötzliche Eingebung oder der Funke der Kreativität, den wir empfinden, können als Zeichen des Universums betrachtet werden, das uns auf unserem Weg leitet und uns dabei hilft, unser volles Potenzial zu entfalten. Nr. 8 Glaub an das Gute Der Glaube an das Gute im Universum ist von entscheidender Bedeutung, um dem Universum zu vertrauen. Wenn wir fest daran glauben, dass das Universum eine Quelle unendlicher Liebe und Güte ist, öffnen wir uns für seine Begleitung in unserem Leben. Dieser Glaube stärkt unsere Verbindung zum Universum und ermöglicht es uns, uns von Angst und Zweifeln zu befreien. Indem wir uns auf die positive Energie des Universums ausrichten und an seine guten Absichten glauben, können wir ein tieferes Vertrauen und Verständnis entwickeln und uns sicher fühlen, dass es uns auf unserem Lebensweg begleitet. Unser heutiges Fazit Das Universum als verborgener Wegweiser, Einladung zur grenzenlosen Erfüllung Wenn wir uns den verschiedenen Aspekten nähern, die zeigen, wie das Vertrauen in das Universum unser Leben beeinflusst, erkennen wir die kraftvolle Verbindung, die wir zu etwas Größerem haben. Jeder dieser Punkte spiegelt wieder, wie das Universum uns stets unterstützt, lenkt und führt, wenn wir uns ihm öffnen und ihm vertrauen. Es ist ein Ruf, unserer Intuition zu folgen, auf synchrone Zeichen zu achten und die Harmonie der Natur zu erkennen. Durch Selbstreflexion und spirituelle Praktiken können wir eine tiefere Verbundenheit spüren und erkennen, dass das Universum uns stets wohlgesonnen ist. Mit Inspiration und Kreativität als unsere Gefährten können wir unser Leben mit Leichtigkeit und Fülle gestalten. Das Vertrauen in das Gute im Universum ist der Schlüssel, der uns ermutigt, die Magie des Lebens zu umarmen und die Wunder zu entdecken, die darauf warten, in unser Leben einzutreten. Du wirst sehen, wenn wir dem Universum endlich anfangen, unser Vertrauen zu schenken, öffnen sich Türen zu unendlichen Möglichkeiten und wir erfahren ein tieferes Gefühl von Frieden, Freude und Erfüllung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Zuhören und ein köperes Gefühl zu schenken. Vielen Dank.